Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Fallout 4. Jo, im letzten Bad haben wir die Siedlung hier ausgeräumt, sie siedlerfrei gemacht, damit unsere Raiderbande hier diese belagern kann und wir dürfen jetzt Bericht erstatten. Wir dürfen jetzt Bericht erstatten gehen, das heißt wir reporten uns nach Nuka World. So, ja, ja, schön porten. Wieder unser bester Freund, der Ladebildschirm. Ich hoffe, dass Shenk uns jetzt schon zum Kraftwerk lässt, dass wir nicht noch irgendwas machen dürfen, sollen müssen. Im schlimmsten Fall müssen wir eben alles erfüllen, was er von uns verlangt. Wenn dafür leider ein paar Siedlungen draufgehen, müssen wir das momentan in Kauf nehmen. Das ist der Preis, also sagen wir so, einer der Preismöglichkeiten, die wir für die Power-Rüstung bezahlen müssen. Ja, wie gesagt, die andere Variante wäre die, alle umzuschießen. Ja, das wäre die andere Möglichkeit. Hol dir die Bezahlung aus dem Commonwealth ab. saubere, 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 saubere. Äh, ja, hier, Nuka Town Markt. Jawohl. Da müssen wir hin. Ja, hübsch hast du. Hübsche Maske hast du. Ja, sehr hübsch. Da können wir wieder sagen, das ist ein verrückter Vogel, oder? Naja, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Wir müssen da wieder raus. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber... Naja, viel Spaß damit. Die wird abgeschafft, die Feuerprobe. Echt. Und glaube ich. Wir könnten auch die Sache mit den Raidern so sehen. Natürliche Auslese. Bitte was? Ja, natürliche Auslese. Es ist ja nicht gut, wenn zu viele Menschen die Erde bevölkern. Ne? Wir werden ja hier und da mal als Parasiten beschimpft, als Ausbeuter beschimpft. Freilich trifft es nicht jeden. Aber leider Gottes irgendwie schon. Denn jeder von uns will haben. Haben. Ich will das gern haben und das. Immerhin arbeite ich auch dafür, also will ich haben. Und dabei... Es geht das Gerücht um, ein großer, böser Raiderboss wäre ins Commonwealth einmarschiert und hätte Siedler überredet, ihr Land zu verlassen. Ja? Gar nicht übel. Ich sorge dafür, dass ein Teil der Kronkorken, die der Außenposten macht, in deinem Quartier warten. Nachdem wir den ersten Teil erledigt haben, kommen wir zum zweiten. Vorräte. Mhm. Mhm. Ich sorge dafür, dass die Lieferungen direkt an den Außenposten gehen. Alle Kronkorken, die sie einbringen, findest du in deiner Truhe in Festhauben. Und je mehr eine Siedlung für sich selbst produziert, desto mehr können sie auch rausrücken. Also, wie zuvor liegt es an dir, die Methode zu wählen? Du kannst selbst mit ihnen reden und an ihre Vernunft appellieren, Vorräte zu liefern? Oder du und deine Crew lasst ihre Kniescheiben mit ein paar Kugeln Bekanntschaft schließen. Ja. Und wie sollen sie dann arbeiten? Das ist wieder so. Also, du kannst echt nicht... Du kannst da in dem Spiel eine echte Drecksau sein. Wirklich. Ist mal aber was anderes. Immer nur gut sein ist ja langweilig, oder? Einzelheiten über die Methoden mit Gewalt überzeugen. Die Siedler überreden uns zu versorgen. Ja. Unbedingt überreden. Ich rede mit ihnen. Die werden uns schon geben, was wir brauchen. Hä? Sicher. Sicher. Also, welche Bande soll hier aufpassen, nachdem du die Leute gefügig gemacht hast? Wo ist meine Power-Rüstung hin? Äh, was? Hm. Wo ist meine Power-Rüstung hin? Die... Äh, was? Kannst du mich hier einfach hängen, Boss? Äh, Entschuldigung. Äh, was war? Ich hab nicht aufgepasst. Ähm, ähm. Verschieben wir das auf später. Deine Entscheidung. Äh, was? Wo ist... Ich war grad voll geschockt. Wo ist meine Power-Rüstung? Ich fühl mich so nackt. Hilfe! Ich muss die suchen gehen. Was hab ich ihnen angestellt? Wo hab ich die denn liegen gelassen? Was? Nicht voll depp. Hm. Hm. Da. Ja. Hast du schon entschieden, wie du die Leute zum Zahlen bewegen willst? Ja. Äh, überreden. Ich rede mit ihnen. Die werden uns schon geben, was wir brauchen. Sicher. Sicher. Also, welche Bande soll hier aufpassen, nachdem du die Leute gefügig gemacht hast? Äh, ich würd' sagen, die Unternehmer. Die Unternehmer. Ich lass es sie wissen. Dann wäre da nur noch das Ziel. Es muss in der Nähe unseres neuen Außenpostens sein. Keine Siedlung wird uns die Güter aushändigen, wenn niemand in der Nähe die Drohungen wahr machen kann. Ja, ist klar. Wenn du selbst mal sehen willst, welche Siedlungen in Reichweite deines Außenpostens sind, schau einfach auf die Karte in deinem Pip-Boy. Mhm. Der Slog könnte eine gute Wahl sein, obwohl ich überprüfen müsste, ob das immer noch so ist. Also, wo soll das Ganze steigen? Das Log? Äh, da. Mach mal. War das... Und? Das ist noch einer von deinen Läden, Boss. Ja. Willst du das trotzdem durchziehen? Ja, was soll ich denn machen? Ähm, dass sie, äh, den Ort halten, Ort aufgeben, stellen meine entscheidungsliche Frage, ist das denn wichtig? Den aktuellen Ziel aufgeben? Halten. Halten. Das ist das Ziel. Ich wollte nur sicher gehen. Um die Siedler dazu zu bringen, uns Vorräte zu überlassen, müssen sie wissen, dass man sich besser nicht mit uns anlegen sollte. Du kannst versuchen, sie zu überreden, oder du haust ihnen ein paar rein, damit sie wissen, dass wir es ernst meinen. Werkzeug der Unternehmer kann dir das Leben erleichtern. Und wenn das alles nichts hilft, kannst du immer noch einen von ihnen bestechen, der dann die anderen überzeugt. Aber du hast mehrere Optionen. Viel Glück. Danke. Wo ist meine Rüstung hin? Ich muss auf die Karte schauen. Die habe ich sicher im Commonwealth fliegen lassen. Ich volltrottel. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Ach, ich fühle mich so nackt. Haha. So ungeschützt. Mein, mein, mein Panzer ist weg. Hilfe. Gut. Was wollte ich sagen, wegen Ausbeuten und so hin und her, ne? Also, das ist ja im Commonwealth ja quasi... Gar nicht anders, ne? Sicher, die Leute bauen erst ihre Sachen an. Aber irgendwie könnte es doch mal passieren, dass es eine Überbevölkerung gibt. Und dann könnten wir ja die Raider dazu anstiften, diese zu minimieren. Wo habe ich die Power-Rüstung stehen lassen? Schock, schwere Not. Power-Rüstung, die habe ich echt oben stehen lassen. Ich muss da nochmal hin. Ähm... Wie bin ich denn das angegangen? Freilich, ich trottel. Ich war schon wieder. Weil ich die Fahne bauen musste. Und dann habe ich vergessen, die Power-Rüstung wieder zu aktivieren. Weil ich ja immer, ähm... Also einzusteigen in die Power-Rüstung. So muss das gewesen sein. Ja! Schön! Sauber. Ich gehe noch schnell die Rüstung holen. Ähm... Was? Irgendwie wird da scharf geschossen. Ich gehe mal schnell meinen Weg. Äh... Irgendwo... Hier. Da ist sie. Hallo Schmucki. So. Jetzt schnell einsteigen. So. Jetzt fahren wir raus. Ah... 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 Schön. Ich habe extra einen Duftbaum reingehängt. Ja. Jetzt riecht es angenehm nach Danne. Ja. Ist ja auch schon bald wieder Weihnachten. Äh... Gut. Der ist lock. Dann gehen wir mal dorthin. Ah... 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 Jetzt fühle ich mich wieder sicher. Super. Ich bin ja so ein Spezialist. Ja. Jedenfalls, ähm... Wie gesagt. Über Bevölkerung und so weiter. Also... Ähm... Es soll sich ja gut und schlecht, soll sich ja quasi immer die Waage halten. Das berühmte Yin und Yang. Ne? Also denke ich mal, wäre es nicht so schlecht, wenn wir doch ein paar Bösewichte... Ja... Aussehen. Wirklich aussehen. Wie eine Saat. Die Saat der Verderbnis. Wird dann sprießen. Wo müssen wir eigentlich hin? Darüber? Ungefähr. Ungefähr darüber. Hallo? Buruk? Okay. Geht nicht zurecht. Geht nicht zurecht. Hallo, Schiffchen! Hey, du! Äh... Kann ich dir helfen? Jep. Äh... Mit dem Zahlen. Ich mach euch ein Angebot. Ich mach euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ihr überlasst mir und meinen Freunden in Nuka World Kronkorken, Nahrung, Vorräte, was immer ihr habt. Und dafür machen wir euch keinen Ärger. Oh... Ich... Ich weiß nicht. Wir haben hier viel Arbeit reingesteckt, wir. Können wir das nicht einfach überlassen? Ihr arbeitet jetzt für mich. Neuralität. Tausend. Verprügeln. Ich bin weg. Ihr arbeitet jetzt für mich. Hör mir gut zu. Bitte. Bitte geh. Ihr arbeitet ab jetzt für mich, klar? Schickt einfach schön Vorräte. Gibt's keine Probleme. Ich? Okay. Wenn wir dich dann los sind. Und jetzt verschwinde bitte. Danke. Den Slok erpressen. Saubere Arbeit. Naja. Äh... Unter Anführungszeichen sauber. Gut. Das heißt, wir dürfen zurück, oder? Oder? Nur Siedlungen innerhalb der Reichweite deines Außenpostens können durch Nuka World Center beeinflusst oder davon überzeugt werden, deine Bande mit Vorräten zu versorgen. Jo, das müsste jetzt ja passen, ne? Das Lok ist in der Nähe. Das reicht? Das passt so echt? Das ist in der Nähe? 3000 Kilometer entfernt? Oh ja. Bitte. Bitte. Bitteschön. Nuka World. Jo. Nuka, Nuka, Nuka World. Wenn's noch ne dritte Aufgabe gibt, geben wir die dann dem Rudel. Und dann hat jeder was zu tun. So. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es so richtig war. Ich möchte auf jeden Fall nur schauen, dass wir nicht das Kraftwerk freischalten. Ich brauche Strom. Ich will Strom haben. Ich will Strom. Ich will Strom haben. Was heißt das? Brav. Tch. So. Und nochmal. Weil's so lustig war. Schwuppdiwupp. Äh, tanzende Nuka Cola Flasche mit Kronkorken. Jo. Kein Wunder bei dem Gesöff, da kann man nur durchdrehen. Wenn ich an das Quantum denke, mutierst du wahrscheinlich zum Super Mutanten. Im Laufe deines Lebens. Ja. Äh, was? So gut. Dann müssen wir wieder hier durch. Da schau her. Ja, da schau her. Das bin ich. Boah, Level Up haben wir auch bald wieder. Uhuhuhu. Freu, freu. Dann werde ich versuchen. Ich denke, dann werde ich noch mit skillen, dass ich Männer besser überreden kann. Ähm, denn ein Skillpunkt Schwarze Witwe oder so wie das hieß, ne. Den berühre ich noch ein bisschen weiter skillen. Oh. Die nächsten Skillpunkte muss ich dann eh schon anfangen zu horten. Denn wir erreichen dann bald Level 46. Ich mein, dauert schon noch ein Stück. Aber da wäre vielleicht nicht schlecht dann, ähm, Schadensresistenz zu skillen und ähm, dass eben unsere nicht automatischen Waffen... Wir drohen alles zu zerlegen, wenn wir uns nicht ganz schnell von dort verbissen. ...damage machen. Aber ärgerlich. Dann müssen wir ihnen wohl mal zeigen, mit wem sie es hier zu tun haben. Wer zerlegt wen. Und jetzt los. Jetzt besprechen die Erwachsenen die Sache. Dachte mir schon, dass das früher oder später passieren würde. Ey, was? Über Außenposten hat die Aufmerksamkeit einiger unserer neuen Nachbarn im Kamenwalds auf sich gezogen. Eine Raidergruppe glaubt, wir wollen ihr Gebiet erobern. Klingt, als würden sie alles kurz und klein hauen wollen. Auch unsere Leute. Sieht aus wie eine gute Gelegenheit, ein Exempel zu statuieren. Denkst du dasselbe wie ich? Äh, vielleicht? Information über die Bande. Sarkastisch. Ausdiskutieren. In Stücke reisen. Äh, das Obere? Was kannst du mir über diese Bande erzählen? Nicht viel. Der Boss nennt sich wohl Sünder. Behauptet, er hätte genug Leute, um uns von dem Land zu vertreiben, das wir uns genommen haben. Er muss wohl noch lernen, wer über ihm steht. Haben wir da gleiche Vorstellungen, wie das passieren sollte? Ihn freundlich bitten, aufzuhören. Sarkastisch. In Stücke reisen. Ausdiskutieren. Exempelstatue, ne? Ich fürchte, in Stücke reisen. Hm. Sarkastisch. Hast du auch an ein gemeinschaftliches Eisessen gedacht? Hm. Das war nicht mein erster Gedanke, nein. Also Boss, Raider im Commonwealth sind richtige Schwachmaten und verstehen nur Gewalt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, ihnen beim Verstehen zu helfen. Aber du solltest wohl besser los. Lass unsere neuen Freunde nicht warten. Das wäre nicht sehr nachbarschaftlich. Puh. Gut ausgewichen. Ha. Triff dich mit deiner Raiderbande beim Außenposten Dingsbums. Dingsbums. Schön. Wie der Porten, wie die Nadelschen. Ach, das ist ja. Ja. Porten. Ja. Ähm. Servus, Ladebildschirm. Wie geht's dir denn heute so? Hä? Geht's dir auch so gut wie uns? Ich hoffe, dass es uns gut geht. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ähm. Ja. Schau, wie der jetzt schnell fertig war. Muss nur freundlich reden. Dann geht das schon. Gut. Dann da oben. Da oben drum. Ähm. Heißt das, ich muss für die Leute hier auch Betten bauen? Habe ich das richtig geschnallt? Ich denke schon, ne? Das heißt, wir können eine Raidersiedlung bauen. Ausbauen. Hm. Gut. Es wäre halt echt praktisch, wenn es möglich wäre, das wäre echt eine tolle Geschichte, wenn man alle Waffen oder Werkbänke oder Rüstungsbänke miteinander kombinieren könnte. Im ganzen Commonwealth und drumherum. Wer hat dir das Sagen? Ich... Ich... Was? Aufgeladen ist alles. Hat dir alle taug oder was? Oh. Du bist dieser Nuka-World-Arsch, der dachte, er könnte sich mit seiner Bande auf dem Gebiet des Sünders breit machen? Sag mir einen Grund, wieso ich dich nicht aufschlitzen und dein Herz vor deiner kleinen Truppe fressen sollte. Weil du ein Vollidiot bist. Geh, solange du noch kannst. Das Land gehört uns. Also verkriech dich wieder unter deinem Felsen. Und zwar schnell. Boah. Ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Klar. Behalt jetzt einfach. War eh ein Scheißgebiet. Das lief ja super. Na du... Du... Irokesen-Typ. Das lief ja geil auch grad. Wie lustig. Ja gut. Ähm. Ja. Mit einer Frau legt man sich nicht an. So schaut's aus. Jetzt können wir uns schon wieder boarden. Ja. Das geht ein bisschen zu schnell. Alter Schwere. Ich weiß schon, wie ich den heutigen Bart nenne. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Wenn werd ich heute Ladebildschirm draufen. Ich glaub das ist, ähm... angebracht. Ach du Schwere. Irgendwas mit Ladebildschirm nehm ich. Ja, du bist ein ganz lieber Ladebildschirm. Ja, freilich bist du das. Das war ja alles sarkastisch, bitte. Ja, alles positiv. Ja, sicher meine ich das positiv. Freilich. Ja, sowieso. Ah, schön. Und Ladebildschirm Nummer 3 ist auf dem Weg. Ja, ich bin ein geiler Boss, bin ich ein geiler Boss-Chefchen. Ja, so einen Chef kann man brauchen, wie ich das bin, mein Lieber. Ja, ich bitte, wir, wir kümmern uns um unsere Leute. Ja, da kann sich so mancher Chef mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja, wir sorgen dafür, dass sie Geld kriegen, wir sorgen dafür, dass sie Essen haben, wir sorgen dafür, dass sie unterhalten werden, dass sie Arbeit haben. Also bitte, wenn wir kein guter Chef sind, dann steht die Welt nicht mehr lang. So. Hoffentlich. Hoffentlich ist er jetzt dann bald einmal fertig mit seiner Questreihe hier. Ich habe gehört, dass es dich wieder nicht erwischt hat. Sollte mich wohl nicht überraschen. Was soll das jetzt heißen? Und jetzt, sarkastisch, mach keine Probleme mehr. Also machen keine mehr. Du auch nicht. Du sollst auch keine machen. Dachtest du, ich schaffe es nicht? Was? Und jetzt? Und was jetzt? Okay, kommen wir zum Geschäftlichen. Ja. Dein Erfolg bringt uns wohl zum nächsten Schritt. Loyalität. Ohne Loyalität gehört dir nicht so richtig. Damit deine Leute loyal bleiben, musst du sie glücklich machen. Das ist bei Raidern nicht besonders schwer. Du musst nur dafür sorgen, dass die alles Nötige haben, wie bei jeder anderen Siedlung auch. Dass sie Dinge zu ihrer Unterhaltung und was zu essen haben. Und das läuft bei Raidern nicht ganz so wie bei anderen Siedlungen. Wenn ich auf irgendwas näher eingehen soll, sag's mir einfach. Ja, dann Unterhaltung. Was kannst du mir über die Unterhaltung im Außenposten erzählen? Damit kannst du die Leute perfekt ablenken, wenn es an bestimmten Grundlagen mangelt. Wenn du Muntermacher-Stationen baust oder ein Mitglied der Crew an einer Schnaps-Distille arbeiten lässt, hebt das garantiert die Stimmung. Und wenn es dort einen aktivierten Nuka-World-Sender gibt, könnte der Bau von Verstärkern ebenfalls helfen. Willst du sonst noch was wissen? Ja, essen? Erzähl mir mehr über die Nahrungsmittelversorgung des Außenpostens. Also mit der Nahrung kann es ein bisschen vertragt werden. Man geht nicht zu einer Crew, um in der Erde rumzugraben. Also solltest du genügend Siedlungen überzeugt haben, deine Bande zu versorgen. Die Leute im Außenposten können zur Not auch Land bebauen, werden damit aber kaum glücklich sein. Wenn du wissen willst, ob es genug zu essen in deinem Außenposten gibt, benutze einfach deinen Pip-Boy. Da gibt es eine Seite, auf der alles steht, was dein Außenposten im Moment braucht, einschließlich Nahrung. Wenn es nicht mehr viel zu beißen gibt, solltest du eine neue Siedlung dazu bringen, uns zu versorgen. Oder du kannst auch direkt etwas Nahrung an der Werkstatt abladen, wenn du willst. Möchtest du sonst noch was wissen? Mhm. Äh, Grundbedürfnisse. Ich will mehr darüber wissen, wie ich die Grundbedürfnisse erfüllen kann. Die täglichen Bedürfnisse sind recht einfach. Du musst für eine gute Verteidigung, genug überdachte Betten und ausreichend sauberes Wasser sorgen. Sehr viel braucht es nicht. Gibt es sonst noch was? Ich glaub, das war's. Danke. Ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen muss. Klar, falls sich doch noch Fragen ergeben, komm vorbei. Oder du schaust einfach in deinen Pip-Boy. Ist ideal, um rauszufinden, was dein Außenposten braucht. Je nach Ursprungszustand des Ortes sollte das Grundgerüst bei diesem ersten Außenposten eigentlich schon stehen. Du musst einfach nur aufbauen, was fehlt. Wenn du mit Jobs mehr Siedlungen dazu bewegen willst, Vorräte zu schicken, tja, dann weißt du ja, wie es läuft. Rede einfach mit mir. Ich dachte mir noch, ich könnte mich da niederlassen, weil der Außenposten sich schon so entwickelt hat. Spart dir eine Reise, wenn du Lust auf einen Job hast. Sag einfach Bescheid, wenn dich das interessiert. Wäre gut, im Commonwealth mal wieder ein bisschen Ärger zu machen. Und? Kann ich irgendwas tun? Ich habe ein paar Fragen. Schenk zum Außenposten schicken. Ich will einen Job durchziehen. Erstmal nicht. Puh. Was? Ein paar Fragen. Was wären noch? Beantworte mir ein paar Fragen. Schieß los. Brauchen unsere Außenposten was? Ja. Brauchen unsere Außenposten im Augenblick irgendwas? Verstärkte Verteidigungsanlagen heißt das Zauberwort. Ein paar Geschütztürme oder Wachposten mehr sollten helfen. Gibt es sonst noch was? Theoretisch, wenn ich nach Sanctuary Hills reise, da haben wir den gesamten Schrott gelagert. Und ich baue da jetzt, sagen wir mal, fünf Geschütztürme, so ein Außenposten, so ein Überwachungsding, keine Ahnung, wie das Zeug heißt, das hölzerne Gestell halt, wo sie Wache schieben können. Ja. Siedlung einschüchtern, Fragezeichen. Was muss ich beachten, wenn ich Siedlungen einschüchtern werde? Sollen die mal labern. Kippt dann nämlich Ruhe. Ähm, wenn ich die baue und sie ins Baumenü, also in die Tasche schmeiße, kann ich die mitnehmen? Macht es das einfacher. Und je mehr Außenposten in der Nähe des Ziels sind, desto interessierter werden sie dir zuhören. Hast du sonst noch Fragen? Ansonsten muss ich nämlich den ganzen Schrott mitnehmen. Zufriedenheit im Außenposten. Sag mal, wie sorgen wir noch dafür, dass die Leute in den Außenposten zufrieden sind? Naja, sie müssen einfach alles Nötige haben. Betten, Verteidigung, Wasser und Nahrung. Am besten aus einer Siedlung, die du überzeugt hast, Vorräte zu liefern. Ja. Aber du kannst auch immer direkt welche in ihrer Werkstatt abgeben. Ja. Außerdem wäre etwas Unterhaltung nicht schlecht. Ja. Das haben wir schon. Bast. 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 Ah. Falsch, falsch, falsch. Bast, 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 bast. Schönen. Na. Hör auf. Psst, psst. Das war's. Verstanden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Dreimal verdrückt. Hoppala. Ähm. Zum Außenposten schicken? Warum eigentlich? Ich will, dass du zu einem Außenposten gehst. Ja, sicher. Wo soll ich hin? Warum eigentlich? Naja, okay. Vielleicht ist es leichter zum Erreichen dann. Ich mach mich besser auf den Weg. Wir sehen uns dort, Boss. Mach deine Raider zufrieden und glücklich. Ja. Dafür wären wir jetzt da, ähm, dafür müssen wir schon wieder reisen. Wir reisen. Wer schnell reise. Ich mein, ich sollte mich nicht beschweren. Das alles ist sehr viel angenehmer, dank der Schnellreisen. Ähm. Stellt euch bitte vor, wir müssten das zu Fuß gehen. Ne. Völlig undenkbar. Mit Schnellreisen ist das halt schon lustig. So. Jetzt hab ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ja, wo kommst denn du jetzt auf einmal her? Hä? Echt jetzt? Achso, die sind da draußen. Vorher war da aber niemand. Vielleicht sind sie auch nur Tag-Scheu. Ja. Sie scheuen den Tag. So, dann gehen wir Schrott holen. Ich glaube am besten ist, wenn ich nachlese, was die Deppen alles brauchen und ich nehme das Zeug einfach mal ein bisschen mit, so circa in etwa und baue das dann dort zusammen und lagere das vielleicht ein. Strinke sehen, das wäre vielleicht ein bisschen Beton und so noch mitnehmen. Boah, das ist jetzt gerade ein bisschen deppert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme nur mit, was sie brauchen für Verteidigung und so. Und vielleicht für ein, zwei Bettchen. So, Servus. Eda, hast du irgendwas? Hey, ja. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Nein. Sie hat da gar nichts. Transfer. Haben wir irgendwie Waffen oder Kleidungsstücke, die wir wegtun könnten, derweil? Nein, ne? Ist alles gut. Wir haben nichts schweres zu tragen. Ich schaue da nochmal kurz durch. Diverses. Was haben wir denn bei Diverses? Äh, Kronkorken. 55. Nur. Schau mal, 1415 haben wir schon wieder. Das heißt, wir werden hier, wir werden hier dann wieder bald bauen. Vielleicht machen wir das dann schon morgen. Vielleicht machen wir morgen eine Bausession. Und da wir heute eh den Part-Namen Ladebildschirm haben, werden wir einfach mal den Schrott, einen Teil des Schrottes rüberbringen. Zum Raider-Außenposten. Oder wir beginnen hier, wenn ich fertig bin. Nein, 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 nein. Nein, wir tun alles rüberschippen, also alles rüberporten, was wir so brauchen. Jetzt ist nur die Frage, was brauche ich? Ich muss mir das kurz aufnotieren. Ich muss mir das kurz aufnotieren. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß, ich bin ein Profi. Ich hoffe, das zweifelt keiner an. Nicht doch, ne? Nicht doch. Wer würde denn? Halt, es war einmal zufällig. Na wohl, passt schon. Schutz. 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 Äh. Ich will Schutz. War es nicht zugewiesen. Ich will nichts zuweisen. Ich will Schutz bauen. Ähm, hallo? Dann halt nochmal, spinnt rum. Warum spinnst du denn da jetzt rum? Geht ja. Herrschaftszeiten. So, und zwar, Geschütztümmchen. Für die Laser-Geschichte, die können wir ja auch bauen. Können wir eigentlich alle schon bauen? Die letzte noch nicht, ne? Da fehlt noch Waffenfreak. Wissenschaftsstufe 3 haben wir schon, echt wahr? Schwerer Laser-Geschützturm. Boah, das soll ich mir aufschreiben? Hahaha. Naja. Äh, gut. Wir brauchen, äh, Kristall. Kristall. Wir brauchen Alu. Wir brauchen Schaltkreise. Kreise. Wir brauchen Schraube. Wir brauchen Glasfaser. Optik. Wir brauchen Zahnrad. Wir brauchen nukleares Material, freilich, ist ganz klar. Material und ein bisschen Stahl. Wenn man da zwei, drei von diesem Dingens oder ein, zwei von dem aufstellen, müsste es doch passen, oder? Was bräuchten wir denn bitte für, na warte, das wollte ich noch haben, wobei ein Wachposten, stand da nicht sogar einer? Holz und Stahl, dann ist es nämlich, äh, Möbele, Bettchen, die kriegen keine schönen Betten. Die Raiders sind sicher nicht, da reicht es wahrscheinlich, wenn wir ihm so einen Schlafsack geben. Da brauchen wir dann Stoff. Ähm, und für Holzhütchen, für ganz kleine Holzhütchen, ähm, ich würde sagen, Fertigkeischen, vielleicht irgendwie ist sowas selbst zusammengeschustert, Stahl und Holz. Okay, das passt dann, ist alles gleich. Ja. Können wir theoretisch eins so ein Großes, wenn es passt, oder ein kleineres hinbauen, dann sind sie normal schon zufrieden. Gut, dann, was hätte noch fehlen können? Strom. Generator, was brauche ich für einen Generator, wenn die gar Strom brauchen? Nix. Keine Materialien? Das gibt es hier nicht. Echt, wahr? Oh. Gut, für das Windrad, aber das bringt eh nicht viel. Generatorfusion. Aha. Das ist aber cool. Wissenschaft 4. Naja, der große Generator wird wohl reichen. Hoffe ich. Wir werden es dann schon nicht lieben. Gut. Ähm, dann gehen wir Schrott einklauben. Nix ist. Nix ist, alles gut. So, Schrott. Na, was tust du denn? So. Schrott einklauben, bitte. So, Waffen, äh, Werkstatt, Munition, Motz, Schrott. Na, servus, Kaiser. So, was haben wir denn? Plastik, Blei, Plastik, Blei, Plastik, Holz. Glasfaser, na, ich brauche die Optik, Schaltkreise und Silber, die wären nicht so schwer. Äh, könnten wir theoretisch mitnehmen. Ich werde, na, nehmen wir gleich alle mit. Ich bring's dann wieder zurück, wenn wir's nicht brauchen. Alu brauchen wir, ja, toll. Aluminium, da nehmen wir gleich, ja, nehmen wir gleich alles mit, ist eh wurscht. Die Glasfaser, ist das denn echt Glasfaser-Optik? Ist das wieder echt was eigenes? Naja, müssen wir halt schauen. Zahnrad, Zahnräder braucht man, nehme ich auch alle mit. Asbest, Keramik, Keramik, Nahkristall wär's gewesen, Holz. Aufstellbarer Bilderrahmen, können wir theoretisch mitnehmen, auch den nehmen wir mit. Ja, du kannst, na, stopp, äh, warte, du nicht, äh, abbrechen. Plastik brauchen wir dabei nicht. Kork, Leder, Leder, Gummistoff, Stoff. Glas, Knochen, Stahl, Stahl wär viel, Stahl. Stahl mit Öl, Benzinkanister, das wird echt schwer da, ne? Aber können wir theoretisch mal verbrauchen. 2, 3, 4, 5, Holz. Und Plastik, Beton, ich weiß es nicht, ob wir Beton brauchen. Wegen Häuschen schöner aufstellen, ich nehm's mal mit, sind eh nur 44 Stück. Ha, du trägst zu viel rum, mit dir rum. Holz, Glas, Optikfaser, da haben wir's drinnen. Ist der schwer? War der schwer? Das ist schwer. Aber nukleares Material ist auch dabei, das nehmen wir trotzdem mit. Ebenfalls die Sachen. Kupferglas, Keramik, nehmen wir gerne mit. Blechtosen nehmen wir auch gleich mit. Blei, Holz, Säure, Säure, Stoff, 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 nehmen wir auch mit für die Bettchen. Stoff, 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 Stoff. Ja, nehmen wir noch mit. Eine brennende Zigarre gibt Stoff. Aha. Gut. Stahl, Kupfer, Kupfer. Nichts Kupfer. Wir brauchen noch Schrauben. Schrauben, Schrauben wären gut. Schraube, wenn man vom Teufel spricht, da haben wir Schraube. Schraube, Schraube, Stahl. Noch mehr Stahl, ich nehme halt noch mit. Stahl, Stahl. Das können wir auch noch mitnehmen. Die auch von mir aus. Die auch. Das müsste dann schon mal reichen. Die Flacken nehmen wir mit. Dünger. Brauche ich mir, glaube ich, nicht. Aber diese Optik, diese Glasfaseroptik. Ich sehe nur Glasfaser. Ist das dasselbe? Ich glaube nicht. Es gab ja wirklich diese Glasfaseroptik. Sonst nehme ich halt wirklich nur Glasfaser mit. Keramik. Glas, nein. Kleber. Klaus Kleber brauchen wir eigentlich auch nicht. Stoff. Noch ein bisschen Stoff mitnehmen. Nehmen wir noch ein bisschen Stoff mit. Boah, das wird zwar echt zu viel langsam. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Das müsste normal schon reichen, oder? Glas. Glasfaseroptik. Da tatsächlich. Tatsächlich. Schrauben. Müssten normalerweise einzeln auch noch Schrauben geben, oder? Oder. Kleber, Plastik, Schrauben. Nein. Stahl, Holz, 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 Holz. Glasfaser, Keramik, Kaffeetassen hat man mehr als genug, okay. Kristall. Da wäre Kristall dabei. Kupfer, Keramik. Brauchen wir noch mehr Keramik? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich gleich die Kaffeetassen mitnehmen können. Ich schlau Fuchs. Diese Optik-Dings wird man noch brauchen und ein paar Schrauben. Schaltkreise, Kochplatte, Schrauben. Gibt es keine einzelnen Schrauben? Kristall. Natürlich. Kristall gibt Kristall. Öl, Blablabla, Aluminium, Glas, Beton. Boah, da hätten wir noch eine schöne Fuhrbeton. Kupfer, Stahl, Keramik. Das müsste mal passen, Keramik, oder? Ich nehme sicher viel zu viel mit. Brauchen wir sicher die Hälfte nicht. Aber Schrauben. Ich hätte gerne Glasfaseroptik. Das wird echt schwer. Ich glaube, ich kann ein Teil wieder rausschmeißen. Ich schraube. Da hätten wir eine drin. Nukleares Material. Ich nehme es noch sicherer selber mit. Plastik, Plastik, Plastik. Zahndraht, Kristall. Müsste glaube ich genug sein. Ich hoffe, Kristall ist genug. Brauchen wir eigentlich eh nur vier Stück. Ich nehme mit für die ganze Halsarmee. Glasholz, Plastikfeder, Blablabla. Ich hätte Schrauben. Schrauben? Ja. Blöder Globus. Der Globus, genau. Der Globus. Ist fast zu schwer. Schraube. 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 Gibt es hier eine Schraube? Ja. Sechs Schrauben. Schraubenschlüssel. Da wären auch nochmal Schreibmaschine. Die ist halt sauber schwer. Jetzt müssen wir es aber haben, oder? Ich glaube, es dürfte nichts mehr fehlen. Nuklear, Dings, Schrauben, Schaltkreise, Kristall, Alu, Holz, Stoff, Stahl. Müsste passen. So, Edda. Ja. Das tun wir auch. Und du trägst bitte auch einen Teil. Ja. Du trägst jetzt auch einen Teil. Ich hoffe, sie kann das alles schleppen. Das ist mehr als ausreichend. Ich übertreibe schon wieder maßlos. Wie, sie ist schon voll. Das ist Beton, ne? Weißt was? Ich hau den Beton weg. Also nicht ganz weg, sondern einfach nur mal raus. Aber ich glaube, das ist sowieso... Ich übertreibe schon wieder maßlos. Übertreib nicht so, Mädel. Ja, ja. Das ist Bio. Was ist das? Nuklear-Geschichtel. Da muss ich einen Teil wegschwecktun. Echt wahr? So. Das kann sie haben. Das, das, das. Blechtöschen. Das, 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 das. Ja, ja. Und sie ist schon voll. Aluminium-Dosen. Habe ich irgendwo schon wieder übertrieben? Hm, die Vasen halt, ne? Diese Keramik-Dinger. Da wären die Kaffeetassen echt besser gewesen. Benzinkanister brauche ich echt zu viel. Nehmen wir nur zehn mit, oder? Das müsste doch auch reichen. Warte. Ähm. Ungefähr so. Dann Kamera. Glasfaseroptik. Da haben wir noch mehr Keramik. Kristall. Mikroskop brauchen wir doch auch nicht wirklich, oder? Wichtig sind die Schrauben. Das, äh, Schreibmaschinchen. Jaja. Ist klar, das hat wieder nicht Platz. Ähm. Warte. Oh, das geht sich aus. Passt. Ich bin jetzt Beton und das, das hau ich mal weg. Warte. Ich war jetzt wieder zu... Warte, der Part ist auch zu Ende. Das hat sich wieder super ausgezahlt. Entschuldigung. Ähm. Ich glaube, so viel Stahl. Ich glaube nicht, dass wir es echt so viel brauchen. Ich werde hier auch mal, ja, so viel wegtun. Passt, jetzt können wir wenigstens uns bewegen. So, Bewegung. Bewegung, Gemma Flotti. So. Da. Na komm. Porten. Komm. Na, ich schieb mich. Geht ja. Entschuldigung übrigens fürs Trödeln. Aber wie gesagt, heute haben wir den Ladebildschirm. Von Anfang bis Ende durchgehend Ladebildschirm. So ziemlich durchgehend. Passt, dann haben wir den ganzen Schrott schon dort. Und dann machen wir morgen, würde ich sagen, machen wir eine Baufolge. Erstens einmal die Raider-Siedlung hier, die bauen wir schön aus. Und wir machen, da wir so viele Kronkorken haben, machen wir doch gleich auch Sanctuary Hills fertig, oder? Würde ich vorschlagen. Ich denke, das würde sich gut machen. Äh, eigentlich nix. Ich wollte nur erstmal nix. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht... Die haben Hunger. Echt? Na, ist ihr Essen da? Na, wirklich, ist gar kein Essen da. Oh, oh. So, ich glaube, ich kann dann... Ich glaube, wir werden unser Essen, was wir so in Sanctuary Hills zusammengespart haben, werde ich dann gleich mal hierher bringen, tun. Dann. Also, jetzt gleich dann. Ich hau mal den ganzen Schrott da rein. Ähm. Und dann mach ich das, wenn sie nicht zuschaut. Und dann können wir morgen einfach und besorgt unsere Sachen hier machen. Hey, Edda. Stopp. Mädel. Halt. Ja, bleib da. Wirklich wahr. Alles nehm. Sowas. Jetzt muss ich da zurückgehen. Aber, äh, jetzt da du es erwähnst. Immer diese Schinderei. Aber ich finde, der Außenposten hier passt perfekt für eine Raiderbande. So, das wollte ich noch sagen. So, ja. Ähm. Gut, da haben wir auch noch ein Bett. Das ist sehr gut. Fehlt eigentlich gar nicht mal so viel. Kriegen wir alles super hin. Wird schon sehen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.